Komm bitte, das ist eine geile Karre! Ja, Krieger! Ciao, Alter, der Win ist da! Der Krieger! Ich glaub's nicht! Wollo, Alter, da ist er! Drei Punkte noch, das kann mir keiner mehr nehmen, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Und einen wunderschönen guten Hallo zu einer wundervollen neuen Folge mit dem lieben Fabio das Schnabeltier auf dem Mega-Game-Server Inator. Das ist ja geil. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück, mein Lieben. Ja, aber jetzt, das war schon geil, Alter. So, für den Schmähmensch, dein nächstes Unser Motor. Ich hab gar keine Ahnung, was ich nehm, ich nehm jetzt aber irgendeine Scheißkiste. Ich nehm den Virgo Klassikas de Minato. Wir sind 55 Spieler, das ist randvoll, ich gehe auf Top 10, würd ich mal sagen. Okay, ich sag erstmal Top 25. Ich glaub, damit kann man schon... Ja, bei 55 Leuten. Das ist die Hälfte, ne? Die Hälfte ist ja... Ja, 27, 1,5... 25 ist unter der Hälfte. Mal gucken. Ah, schöne Strecke, direkt zum Start, so muss das sein, Alter. Das ist so ne krasse Strecke. Ja. Rot und knapp, klein und knackig. Sorry. Wie das immer rauspursaut kommt, Alter. Diga, die Aufnahme geht eine Minute, direkt wieder zwei Pieper drin, so muss das sein. Willkommen bei ner Aufnahme mit dem Dennis, Alter. So, jetzt geht's los. Was hab ich richtig ne Karre genommen? Nee, ich hab auch ne richtig ne Scheißkarre. Virgo oder so. Ja, wir haben... Ja. Erste Mal Muskeln bekommen. Muskeln. Also... Muskelkars. Muskelkars. Das fangen wir direkt mit nem Perfect Burnout an. Ich hatte auch nen Perfekt. Komm, die... Die fahren rum, die Previ. So, wo starte ich überhaupt? Ich bin relativ weit vorne. Digga. Hat er ich für ne Karre genommen? Digga, meine Karre kommt ja gar nicht vom Fleck, Alter. Ach du Scheiße. Okay, du hast ne andere genommen, weiß ich. Ja, Digga. Ich bin gegen die... Ich bin gegen die... Ah... Ah... Gott, Digga. Ich bin ja richtig gut unterwegs, Alter. Erster. Ciao. Oh! Digga, ich hab schon... So ne Scheißkarre genommen. Naja, Digga. Was soll ich sagen? Ach du Scheiße. Ah... Junge. Kurven mag er aber nicht ganz so, sag ich dir ehrlich. Aber ich bin erster. Eiskalt. Ciao, ihr Pfeifen. Erwinnschatten bringt mir gar nix. Digga, ich prall... Oh, das ist das erste Auto jetzt. Ja, Police Hotring. Hihihi. Ciao, ihr Luschen. Ja, Scheiße. Der Motorradfahrer ist schneller. Oh, was denn das für ne Cover? Ich hab den Cypher bekommen, der sieht gar nicht so schlecht aus. Äh... Jawoll, Zwalter. Der fährt sich auch eigentlich echt stabil, muss ich gestehen. Ja, haha, Z-Horno, jawoll. Alter, mit Spoiler sogar. Digga, mach Platz für den ersten Platz hier. Haha, ist das geil. Digga, ich hab einmal so ne geile Karre jetzt hier für die Autobahn bekommen. Ah, es wird für den Sieg wieder nichts, ne, sag ich dir ehrlich. Aber bei so vielen Spielern, wenn du da gewinnst, Alter, so geil. Digga. Ich hab den Everon zum Kick-Up. Ja, jetzt kommt wieder das nächste Auto, Digga. Und den Wacker, noch ein Supersportler. Hahaha. Ja, Digga hat's schon wieder so gut aus, Alter. Vor allem die Karre krieg ich als erster Platz, Alter. Schon hart. Ey, das Ding heißt schon hart. Aber der hinter mir hat erstmal Raketenkarre, Alter. Oh, der nutzt seinen Booster nicht, Alter. Oder er hebt sich's noch auf. Ja gut, hier im Geländeteil ist es auch ein bisschen dämlich, den zu nutzen, sag ich ehrlich. Ah, jetzt hat er den benutzt, ja. Ja, okay, naja, da sind wir zweiter, aber... Er hat auf die passende Stelle gewartet. Oh, Digga, das ist schon wieder eine Karre. Oh, da hat er verkackt, oder? Nee, Digga, ja, er hat den Bus bekommen. Oh, der hat... Nein, ich krieg auch so'n scheiß Van, Alter. Oh, ich glaub... Aber das war der geile Van. Jawoll, Alter, der fährt 150. Im Gelände ist das gut. Ist stabil, ja, für Gelände. Ja, und der Typ hat die Rocket... Äh, wie heißt dieses Ding? Wolltick? Oppressor Mark II einfach. Ach, die... Du go dead. Ich bin aber immer noch Dritter und ich hab Riesenabstand zum Vierten, also... Nehme ich auch mit, sag ich ehrlich. Aber vielleicht kommt da jetzt nochmal was Geiles. Ja, guck jetzt. Ja, mein Lieber, jetzt hast du Scheiße bekommen, wa? Tschüss! Junge, der erste Platz ist aber so weit weg. Ah, Sand ist nicht so geil, ne? Das bringt ein bisschen Sand ins Getriebe. Oh, war der flach. Komm schon, ich hab noch ne Chance. Der erste ist nicht so weit weg. Ich hab keine Kraft. Ja, und jetzt, wo mir der Wagen was gebracht hätte, ist der Sandteil vorbei. Jetzt krieg ich nen Geländewagen, wo Asphalt ist. Alter, wie perfekt ich die Kurve grad angebremst hab, ist ja abnormal. Nein, jetzt krieg ich den Voodoo, oder was? Lol. Nein, Digga, wo ist der erste? Der ist nicht weit weg, es fehlt nicht viel. Digga. Der dritte hat auch nix mehr entgegenzusetzen grade. Ich bin 38 Sekunden hinter Platz 1. Also, ca. 35 Sekunden hinter mir. Warum, wenn du mir die Kurve so blöd ist an? Nein, Digga, die Karre hat keine Power jetzt hier bergauf, Alter! Ey, das kann nicht wahr sein. Der Mule! Wenn ich hier was geiles bekommen hätte, jetzt holt mich der dritte ein, oder wie? Ey, ich bin 35. Platz und was kriege ich? Ich bin nicht ein LKW. Noo. Komm, wo ist denn der nächste Transformer? Jetzt muss ich hier ewig mit dieser Schisskiste fahren! Das ist wieder n Witz, Alter! Oh, hier ist ein neuer. Komm, jetzt bitte irgendwas geiles. Ja, Digga. Irgendeine gepanzerte Kiste für Coven oder was? Ja, aber der zweite hat irgendwas richtig krasses bekommen. Ist jetzt erster. Wie viele Punkte habe ich noch? Noch elf. Aktuell sieht es so aus, dass ich den Platz halten kann. Also den dritten würde ich auch noch nehmen. Die letzte Karre muss stimmen. Der zweite ist leider nicht langsam genug. Da kommt jetzt noch ein Punkt. Komm. Wenn ich jetzt was Geiles kriege, easy, Alter. Ja, Digga. Dritter Platz. Tschüss, Alter. Er gönnt mir nochmal den Terrorbyte. Den Terrorbyte. Digga, guck doch mal, was das ist. Aber da ist das Ziel. Digga. Ja, dritter Platz. Auf dem gefühlten längsten Stück kriege ich die größte Dreckskarre im Spiel, Alter. Direkt erstes Rennen, 55 Spieler, ein Treppchen geholt, Alter. Dritter Platz, so sieht es aus. Jetzt, 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 jetzt kriege ich ein gutes Fahrzeug. Das erste gute Fahrzeug. Wo alle anderen schon im Ziel sind. Danke für nichts, Alter. Ich hatte den Mule. Du kannst ihn ja gerne mal googeln. Mule GTA. Ja, ich weiß. Das ist richtig keine Karre. Und den hatte ich auf dem längsten Stück, wo es nur bergauf ging. Das ist die letzte Kurve. Komm, ein paar kannst du noch holen. Sind die alle noch hier? Sind die alle komplett verkackt? Hinter der Kurve ist das Ziel. Er kippt rum. Gibt Gas. Jawoll. Jawoll. Alter. Boah, schuldigung. Spuck. Geil, Mann. Ja, naja. Ich sag mal ehrlich. Der Mjul, das war das nochmal. Das ist ein riesen Laster, oder? Wie gesagt, google ihn. Der fährt nicht schneller als 100. Und den hab ich bergauf. Ach, der Kacke. Ja, okay. Das war wirklich ungelogen das längste Stück. Hä? Ich bin auch Zweiter gewesen. Oder wer, äh, Dritter. Oh, ich war noch Zweiter gewertet. Ja, der Mjul natürlich auch. Wahrscheinlich einer von den anderen Ja, der Zweiter hat einfach verlassen. Ja, easy, Alter. Zweiter Platz. Nehmen wir mal an dieser Stelle mal ganz gerne mit. Sag ich dir ganz ehrlich. Nächstes Rennen. Und weiter geht's mit dem zweiten Rennen. Es ist wieder ein Street Race. Oh, ganz ehrlich. Wieder ein Transform. Sorry. Ich glaub, ich behalte mal den Tyrant. Ich fand den immer ganz geil eigentlich. Die Krieger? Ne, wa? Ja, Tyrant passt. Den nehmen wir nach wie vor 52 Spieler drinnen. Letztes Mal konnten wir durch ein, äh, Verlassen eines Spielers mal ganz solide mit dem zweiten Platz einsteigen. Und ich bleibe jetzt bei Top 10. Wie sieht's bei dir aus? Was? Ich geh jetzt auf die Top 20. Eine solide Line. Ah, stark. Wie gelohnt das? Jawohl. War ein bisschen heute. Naja, man muss sich ja mal steigern können, ne? Ja, das eben war auch schon wieder sowas von Pech, dass ich diesen Mjul am längsten Stück und bergauf gekriegt habe. So, was haben wir hier für eine Strecke? Die haben mir vorbeigezogen. Ja. War wieder eine superschöne Kurvenstrecke. Da wollen wir mal wieder gute Autos. Nicht so lange. Der Mjul. Der Mjul ist der neue Krieger. Hm, der Mjul. Der heißt bestimmt Mule. Für Mühle oder so, weißt du? So, wir brauchen einen guten Start. Der Typ heißt einfach Mohamed Kebab. Haha. Ja, schau. Geil, ey. Warum? Ja, easy, Digga. Nein! Ja, easy. Nochmal gedreht. Ja, zweimal miteinander. Ja. Heute läuft, Moto Moto. Jetzt muss nur noch die Position passen. Na ja. Ja, Roger. Du bist da vor mir. Okay, ja. Ich sehe gar nichts, aber gut. Oh, nee. Oh, nee. So viel Speed. Oh, jawoll. Die Kurve noch bekommt. Gott sei Dank gleich einen Tyrant genommen. Ich habe leider die Laterne gerammt. Bin aber direkt unter dir. Ja, wenigstens. Wenigstens Bramson. Oh Gott. Jawoll. Guck mal, wer da gleich vorbeizieht. Doch nicht. Ja, wir haben gleich so. Oh! Ah! Nein! Ich bin falsch. Du auch. Digga, ich war so schnell, Alter. So, hallo. Ciao. Ja! Vorbeizieht? Das hast du schon wieder für einen Karten bekommen. Dominator, ASP. Digga, ich habe schon wieder so eine Müllkacke hier. Dünsche. Sag ich dir, wie es ist. Digga, der bremst nicht! Junge, als ob sein LKW genauso schnell fährt wie ich. Digga, ist das eigentlich der Club getunt oder was ist das für eine Karre? Ich glaube, nee, das ist dieser... In echt ist es der Pacer. Aber nee, ja. Oh, nee, ja doch! Einfach die Shotaro! Ha! Ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Also nicht ganz, das ist irgendwie... Digga, ich bin zweiter eiskalt und da ist der erste. Ich bin ja wieder an der Spitze, sag ich dir ganz ehrlich. Die Raider. Jetzt bin ich das Raider, Junge. Und da ist er wieder im Lead hier. Ah, ne. Oder... Frag mal, wer verkriegt. Keine Gruvenlage. Von diesem Motor hat mich aber nur enttäuscht, Alter. Welchen hattest du? Ich hab das Future Shock Deathbike. Äh, hattest du nicht jeden? Ach doch. Und der T20! Ich liebe es, Alter. Okay, die Kurve hätte ich schneiden können. Das war ein bisschen dumm gefahren. Komm, mehr Gas! Mann, ich hab schon mal ein Polizeiauto. Stand hier, Alter. Was ist das denn? Ciao! Halte 0815 Karre. Kann ich den Wagen bitte bis zum Ziel behalten? Danke. Danke, RNG. RNG. Na klar. Was heißt das eigentlich? Random Number Generator. Deger, ich kann mir aber jetzt gerade so viel Vorsprung rausfahren. Ey, der fährt nicht schnell, aber irgendwie fährt der sich ganz geil, der Wagen. Na ja, gut drei Sekunden. Aber der Torero! Meine Güte, Alter. Jetzt muss es doch mal mit dem Sieg wieder klappen. Ich hab ewig nicht mehr... Okay, die Karre ist scheiße. Ja, scheiße. Er holt mich ein. Komm! Du hättest doch nur einen kleinen Millimeter nach links lenken müssen. Scheiße, jetzt fall ich wieder zurück. Oh! Warum? Ist die Karre so instabil? I name him. I name him. I love him. Nein, nicht überdrehen. Warum? Komm, bitte jetzt ne geile Karre! Ja! Krieger! Ciao, Alter! Der Win ist da! Der Krieger! Ich glaub's nicht! Wollo, Alter! Da ist er! Drei Punkte noch! Da kann mir keiner mehr nehmen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Danke, Spiel! Ich danke dir einfach! Ich danke dir! Yeah! Das ist er! Yeah! Ich war 10. Geh mal auf mich und guck, was ich für ne Karre bekommen hab. Ich war dreckig! Fucking 10. Platz! Ihr dreckigen Wichser, wirklich! Wo bist du denn? Ich seh dich geil da! Ey, Mann! Ich hab einfach gewonnen, Alter! Boah, geil! Ja, noch zwei Kurven! Ey, wenn ich jetzt wirklich nicht mal mehr 20. werde! Mann, ich war 10. Digga! Ich hab einfach gewonnen! Digga, wenigstens 20. komm! Ja, 19. Ah! Ziel erreicht, aber... Ey, ich war 10. Ich hab so... Ich hab so... Ich hab so... Davor kommen können, aber nein! Ich krieg diese Karre! Oh... Unglücklich! Einfach gewonnen, Alter! Einfach gewonnen, sag ich dir ganz ehrlich! Das ist wieder so unglücklich! Ich hab ein Supersportler nach dem anderen bekommen! Digga! Es ist einfach so geil! Keine Ahnung, was das ist! Oh Gott! Oh, Digga! Es war so geil! Ich war so am Arsch! Der Typ hat mich eingeholt! Und dann kommt das letzte Auto! Ich krieg einmal den Getupenkrieger! Jawoll, Alter! Oh, war schön! Das war so ne Genugtuung! Nach dem zweiten Platz! Jetzt nochmal ein erster! Ich muss sagen, die Bilanz heute sieht ganz gut aus, Freunde! Kann nur noch schlechter werden! Eigentlich nächstes Mal! Naja! Dann muss ich nächstes Mal mit meinem Ziel wohl ein bisschen hochgehen! Keine Ahnung, woran das liegt! Ich weiß es nicht! Also, keine Ahnung! Kann ich dir nicht sagen! Kann doch nicht sein, dass bestimmte Spieler immer nur Glück haben! Ich meine, ich hab auch mal Pech! Aber nicht so oft irgendwie! Da ist er! Da ist er, Freunde! Ein Rennen gibt's noch! Und! Da sind wir auch schon zum letzten Rennen für diese Folge! Mit dem Rampagi! Okay! Wir können auch nur den Rampagi nehmen! Boah! Das ist wieder so ein K.O. Start, Alter! So! Freunde! Die Statistik der letzten beiden Rennen! Zweiter Platz! Erster Platz! Ich würd sagen, mein Ziel ist... Kreppchen! Dritter Platz! Bruh! Ich hab ja meine 20 eigentlich erreicht! Dann kann ich jetzt theoretisch noch tiefer! Ich sag jetzt Top 10! 10! Okay, cool! Finde ich gut! Feier! Jetzt krieg ich kompletten Typen! Aber ja, Digga! Ich auch! Jetzt hab ich gesagt Top 3, Alter! Das ist ja jetzt mal Top 30 oder so! Ah! Die Strecke kennen wir schon! Genau! Dann geht die da raus! Ja! Oh! Aber ne! Da ist bisschen anders! Ah! Da muss man drauf! Ja! Okay! Ja! Ich kenn die Strecke! Oh! Äh! Okay! Den Anfang nur! Ja! Okay! Doch! Aber es ist eine schöne Strecke! Das ist die lange! Ist das denn so lange? Alter! Omi hat vierte Deck-Points! Das war nur eine Runde, oder? Glaube ich auch! Also, manche Leute sind so lost! So, Freunde, wir müssen nach vorne! Du startest direkt hinter mir! Wie kommst du auf die Idee sowas in den Chat zu fragen? Ey wirklich! Häng dich direkt im Windschatten rein. Na oben und unten. Mach Max! Ja Max! Dreimal Burnout. Perfekt. Auf geht die Posts! Holla! Hottes Ding! Da ist er ja. Mohamed Kebab. Ja. Ja. Der beste Name, den es gibt einfach. Digga, er schiebt mir die Frau vor die Karre. Du Wixter. Jo Digga, was machen die denn da für Sprünge? Du Lapen. Oh Gott, das wird gleich sowas von... Kurve geiler genommen, Freunde. Gib mir jetzt Windschatten, ich muss nach vorne kommen jetzt. Ach Scheiße, das geht hier lang. Ja, ich hab auch gedacht, das geht nach links. Oh ne Digga, ne Digga. Das ist wieder gar nichts hier. Oh! Yo, du bist weg. Okay. Ich hab mal ein ganz gutes Auto bekommen. Ja, Drafter, kenn ihn nicht, aber der... Ja, da komm ich... Das ist glaube ich nicht verhebert. Damit kann man zumindest mal... Kann ich nicht mithalten. Ich fahr 160 und das war's dann auch. Oh, ich krieg aber grad Windschatten, das ist ganz geil. Scheiße jetzt. Oh, der nächste. Jetzt krieg ich wieder keinen. Oh, der nächste. Komm, gib mir! Oh! Oh! Ich hab einen Motorrad bekommen. Oh! Ich hab auch einen Motorrad. Oh! Ich bin Erster! Geil! Oh mein Gott! Was ist da? Digga, ich bin gleich Zweiter. Ja, ja. Warte mal ab. Ich krieg, ey. Ich krieg noch die Drecksgasse. Digga, wohin? Nein! Gegen den Pfeiler gefahren! Oh! Digga, also der Typ so... Digga, wie gut hält der Typ bitte? Ah! Ich krieg Founder Custom! So ein scheiß LKW! Und da ist der Jester! Da ist er Erster! Warum krieg ich denn schon wieder den LKW? Das ist so lächerlich! Das ist echt schon wieder richtig. Ich hätt's dir gegönnt, sag ich dir ehrlich. Hey, halt's moll. Ich war Erster Platz und da krieg ich den LKW, Mann. Der kommt nicht mal um die Kurve rum! Jetzt bin ich Erster. Tschaui! Kakaoi! Ich bin inzwischen 18. wieder. 20. 21. Boah! Wärts durchgereicht, Mann. Alter! Jetzt hab ich... Jetzt hab ich den Mesa bekommen. Mit dem werde ich nicht lange Erster bleiben. Lol! Das hab ich auch noch verkackt! Ja. Führung bin ich los, aber ich bin immer noch Zweiter. Was krass ist eigentlich für diese Schisskarre. Aber naja. Boah, Junge! Was ist das denn? Yo! What the f... Ich weiß nicht, inwiefern ich dieser Karre bei, bei Kurven trauen kann. Mann! Oh mein Gott! Wie das Ding abgeht! Uuuuh! Meine Fresse! Er zieht dieses Ding an! Heilige Scheiße! Alter! Die Karre geht aber auf C40 hoch, ne? Schipurek! Ich dreh durch! Schipurek! An wenigstens hat er auch mal eine Dreckskarre. Das Geile ist, mit dem überhole ich jetzt den ersten Platz. Wie schnell du mit dem werden kannst, durch den Windschatten. Schaffst du mit dem LKW nicht? Oh, jetzt vorbei, oder? Nee, du kannst dich abfangen. Sehr gut. Komm schon! Windschatten! Jawoll! Und jetzt ziehen wir mit dem Schipurek einmal vorbei. So der Erster mit dem Schipurek. Ich glaub's nicht. Digga, das Ding fährt 190. Was ist das auf Steroiden, oder was? Was ist das einfach? What the fuck, Alter? Was ist los mit dieser Karre? Warum geht die so ab? Windschatten. Nein, ich bin vorne. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Digga, ich setz mich halt aber ab. Einfach vier Sekunden Vorsprung auf den dritten. Komm, jetzt keine Karre! Den Retuin, Alter. Das ist ein Schipurek auf Steroiden. Boah, aber der geht nach vorne, du. Digga, wenn ich jetzt nochmal gewinne, ich flip so aus, Alter. Was ist das für eine Folge? Digga, ich bin... Das ist... Das kannst du keinem Menschen erzählen. Nicht der Schnellste, aber 190 macht er. Oh! Digga, ich bin auf einmal... Alter, Junge. Wer soll mir das noch nehmen? Ohne Scheiß. Nein! Nein, Spiel! Was ist jetzt los? Das ist nicht dein Ernst! Ey... Komm, das Letzte darf jetzt nichts Schlechtes sein. Ja, Kaskara oder was? Ach du Scheiße! Du musst dir vorstellen, der Punkt ist in der rechten Spur. Ich bin außerdem in der linken gefahren, aber ich bin so dicht an der Bande, dass ich den Punkt hätte kriegen müssen. Ich hab ihn nicht bekommen! Nur weil ich nicht in der gleichen Spur gefahren bin. Digga! Das ist so lächerlich einfach. Komm, ich kämpfe dafür mit dieser Schisskarre. Eigentlich keine Chance, aber... Da ist noch eine Karre. Wenn die passt, ist der Sieg da. Bitte! Spiel! Nein, eine Minivan! Nein! So kurz vorm Ziel, Mann! Nein! Nein! Scheiße! Digga, eine Kurve vom... Er hat den Punkt verpasst, oder wie? Nee, hat er nicht. Schade! Nein, Digga! Er hat nicht gegönnt. Aber wieder Zweiter. Ich hab einmal wieder mein Ziel erreicht. Als ob... Der letzte Karre hat nicht gegönnt, sonst wäre der Sieg gewesen hintereinander. Schade! Alter! Aber gut! Zweiter nehme ich gerne. Das ist krass! Aber auch du bist echt gut unterwegs. Schade! Auch gar nicht so weit vom Platz 10 entfernt. Ich glaube, du solltest ja häufiger etwas bessere Ziele setzen. Dann schlägst du dich irgendwie besser. Hätte ich nicht diesen einen LKW bekommen, dann... Die anderen Autos waren alle okay. Die waren stabil. Aber dieser LKW, der hat mich so weit nach hinten katapultiert. Ja... Aber mega gefahren! Also... So viele Sekunden warst du gar nicht hinten. Nee! Das war halt wirklich der LKW, der mir da... Wie heißt der? Hippo-Porter-Maritzko. Das ist geil! Was ist denn der Name, Alter? Digga, der Typ ist gerade erst losgefahren. Gerade erst gejoint. Martin McFly. Heißt der echt Martin McFly? Martin McFly? In ihr Haaren. Martin McFly, Digga. Bonn. Oso on top. Bernhard Gautier. Kapu Dei Kapi. Vinic. Peter Metzen. Jawoll, Alter. Bye. Alexi... Alexi Vladimirov. Jot? Freunde! Zweiter, Erster, Zweiter. Das ist, denke ich mal... Kann sich sehen lassen. Das kann sich mal sehen lassen. Heute lief richtig bei uns. Und ich überlasse dem lieben Dennis die Emoneration. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Spannung. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich bin sogar aufs zehnten runtergegangen. Ziel erreicht, Freunde. Ziel erreicht. Ja, ist geil. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder zu wundervollen Game-Modes wieder. Freut euch drauf. Bis dahin. Ciao. Willa, ist's für heute, Roi. Ciao. Dann sehen wir uns wieder, auf jeden Fall. Wollower's to magic, Kommer um und bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin immer wieder zu Hammer. Das war's für heute. Eine März. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020